Hi Leute von heute. Wir betreten heute das Spezialportal. Leider hängt die Fläschchen mehr noch. Ich lass mir da auf jeden Fall. Was einfallen? Alles auf Anfang, was? Schlage die Welten von Gestern zurück. Okay. Wenn ich jetzt alles nochmal machen muss, dann flippe ich aus. Alles auf Anfang. Ja, das sind einfach nur so kleine Herausforderungen, glaube ich. Ah, Zeiten. Ja, ich möchte auf jeden Fall ein Schreckenkleid. Ich meine, ich habe die Erweiterung bezahlt für 5 Euro oder 6 Euro. Dann möchte ich das Ding schon haben, ne? Okay, wir müssen sehr, sehr schnell die Gegner kehren, Leute. Schnell! Alter, ich wusste gar nicht... Oh, komm her! Hä? Dräder, komm zu mir! Au! Wuhu! Herz, schnell! Nein, ich hätte den Bogen zielen müssen! Ich hätte gedrückt halten müssen! Das ist super. Ich muss schneller machen. Alter! Einfach nur drauf schießen! Was müssen wir, wenn ich durch das Portal gehe? Ja, ich will diese Kleidung! Ich brauche mindestens Silber! Ja, ich weiß, Stummi, ich weiß! Aber wir müssen das machen! Zum Schwer, Stummi! Können Sie, Stummi! Also, ich habe das Essen! Ja! Ich bin schlau. ja okay es ist nur silber aber es ist selber und damit gebe ich mich zufrieden ich will mich damit wirklich zufrieden leute ihr habt die ganze gegner gesehen und dafür dass ich das spiel jetzt erst seit 20 minuten spiele war das doch schon ganz okay natürlich können wir die später noch mal betreten hallo ja das ding brauchen wir definitiv das ist spezial ding aber hier gab es so viele portale wie soll ich entscheiden was für alles das richtige ist so und halleluja was solche chance hast du weil wenn du es nicht schaffst musst du alles noch mal von vorne machen aber wir haben es geschafft euer whatsapp file der sieht genial aus hier in der nähe muss ein spezialportal sein spezialportal schon wieder wo ich seh keins aber leute ich will die spezialportale schon gerne machen ich möchte rüber wo wir damit nämlich unser zeug verbessern wir machen die dinge zumindest jetzt aber jetzt immer die ganze zeit machen weil sie nicht verflixte flora ok da kriegen wir jetzt aber keine klamotten wollen wir das machen in dieser kleine ära wimmelt es nur von kristall kreaturen bleiben in bewegung dass sich nicht von ihnen erwischen ok ich würde sagen wir machen die auf jeden fall weil die gehört zum spiel dazu das macht spaß aber wenn es ein bisschen zu viele werden werden wir sie nicht immer machen ok einverstanden gut auf geht's nein wir bekommen keine das macht ja nix jetzt glaube ich einfach nur ein shaman run mit gegnern wenn ich das jetzt hier so mal dass es eine ausforderung gibt das finde ich cool muss ich sie besiegen oder muss ich einfach nur jumpen da unten steht ich muss noch 25 killen also ich muss nicht jumpen das war geil hey bist du die kleinen gegner die fallen schneller um und es ist egal ob wir die große oder die klein treffen deswegen versuchen wir erst mal die kleinen hier zu erwischen auch die pfeile die sprechen mich allerdings an perfekt aber das habe ich jetzt nicht erwartet hier waren wir doch schon mal okay wir können da nicht ran hier waren wir doch schon mal ein bisschen du für ein vieh ich finde mal die designs der gegner gefallen mir eigentlich mal was war das für eine falle einmal sprung also das tut mir das muss jetzt wie nicht möglich da war auf der wehnen Hey, bleibt ganz ruhig, meine frohste Hinde. Wir müssen, ich hoffe, dass wir bald in den Bogen. Wir sollten uns wirklich auf die Kleinen konzentrieren, sonst gehen wir drauf. Ich glaube, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Ich sollte uns gar nicht so viel bewegen, sondern einfach nur die Viecher töten. Weg mit dir, zu uns fehlt nur noch einer. Okay, wir müssen uns mehr auf die Gegner konzentrieren. Wir müssen uns wirklich mehr auf die Gegner konzentrieren. Das auf jeden Fall. Und einmal rein. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Nee, wir müssen da hoch. So, ha, 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 ha. Juhu. 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 Fucky das war lustig. Okay mir gefällts doch. Die Stimme. Ah wir müssen wahrscheinlich da in die Mitte reifen. Ja für die Kleinen verschwende ich dieses Ding nicht. Zwei auf einmal. Mit dem Bogen. Aber es hält uns langsam mal in den letzten Stand. Alter das nervt mich mit dem ich werde angegriffen. Das nervt grad leicht. Dass sie das slow oft sagt. Wuhuuu. Ah wir müssen nur noch. Jodidadam und damm wir haben's. So wird das gemacht. Verlasse den Schlupfer. Ja das wissen wir wahrscheinlich da in die Mitte. So Leute ich weiß nicht wie ein Spielverderber. Aber. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschau Leute. Von heute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020